Hallo und herzlich willkommen, hier ist Bardo mit BMZ Nummer 859 und den Themen Diskussionsrunde und flache Erde ungleich Klimawandel. Fragezeichen, also die Frage, ob das ungleich ist oder vielleicht doch nicht, wie auch immer. Zum ersten Thema hätte ich eine Idee. Bei dem Thema ging es um das Thema Diskussionskultur und halt so diverse Verhaltensweisen und vielleicht auch Fehler, die man bei der Diskussion macht und die halt problematisch sind, wo ich gesagt habe, dass man selber halt darauf achten sollte, auch dann und gerade dann, wenn Menschen, denen man grundsätzlich zustimmt mit ihrer Meinung, sich auf eine Art und Weise verhalten, die eigentlich nicht konform geht mit einer guten Diskussionskultur oder mit einer sachlichen Diskussionskultur. Wie wäre es, wenn du Bardo uns ein Thema vorgibst, über das wir an einem spezifischen Ort hier in den Kommentaren, wäre vielleicht am übersichtlichsten oder auf Twitter oder sonst wo diskutieren sollen, so zivilisiert wir dazu in der Lage sind. Die Diskussion kann dann eine Weile vor sich herlaufen. Irgendwann greifst du an diesem BMZ-Special auf und analysierst unseren Diskussionsstil. Ich vermute, ich wäre nicht der Einzige, der daran interessiert wäre, dies von dir neutral bewertet zu bekommen. Naja, richtig neutral ist es ja auch nicht. Ich habe ja auch zu Themen immer eine Meinung. Und natürlich beeinflusst das einen und macht es teilweise sehr, sehr schwer, eben neutral zu sein. Punkt. Aber gut. Denn auch ich bin schon in den ein oder anderen YouTube-Comment-Shane oder in so manchem Forum verzweifelt. Und trotz Kenntnisse von einigen weiter verbreiteten Logical Fallacies kann es vorkommen, wenn man diesem ständig in den Antworten seiner Diskussionspartner-Gegner begegnet, dass sie einem irgendwo noch selbst unabsichtlicherweise absolut ist. Also niemand ist perfekt. Auch in Sachen Diskussionskultur, absolut niemand ist da perfekt. Und darum geht es ja auch gar nicht. Es geht nur darum, zu lernen, zu vermeiden, darauf eine Diskussion aufzubauen. Im Umkehrschluss, du hast auch die Diskussion nicht gewonnen, weil wenn dein Gegner einen Trugschluss anwendet oder so, das ist quasi auch wieder so eine Fallacy, dann kannst du halt sagen, okay, das Argument, was du gebracht hast, ist kein gültiges und logisches Argument. Machen wir damit weiter, dass du ein gutes Argument stattdessen bringst. Das wäre dann halt im Sinne des Erfinders. Umgekehrt, wenn jemand mir sagt, Bardo, du machst denselben Fehler auf, deswegen höre ich dir nicht mehr zu, das wäre halt auch kein logischer Schluss. Und jeder von uns macht sowas, nicht eingeschlossen, solche Denk- und Argumentationsfehler, mal mehr oder mal weniger schwer. Dies hätte meiner Meinung nach den Vorurteil, dass vermutlich jeder Teilnehmer versuchen würde, so sachlich wie möglich zu diskutieren, da er damit rechnen muss, dass du die Diskussion später kommentieren wirst und sicherlich niemand in einem schlechten Licht dastehen wollen würde. Weben dann aber noch immer große Schnitzel im Diskussionsstil passieren, kann diese vielleicht mithilfe der neutralen Betrachtung und Analyse überwinden und sich vielleicht einen besseren Diskussionsstil aneignen. Ich vermute, dass eine solche Diskussion recht spannend werden könnte. Viele Grüße und liebe gute Besserung. Ja, also erstmal, also natürlich rede ich über manche Themen und dann angefangen hat es mit Gaming-Themen und dann ging dann weiter mit allen möglichen anderen Themen, die manchmal mittelbar und manchmal gar nicht mit dem Thema Gaming zu tun hatten. Nur jetzt daraus so eine Diskussionsrunde zu machen mit Themen vorgeben, ist halt wieder was völlig anderes. Also ich meine, ich könnte mir überlegen, ob ich so ein, ob ich ein BMZ-Channel mal auf Discord anlege, wo halt Leute Themen vorschlagen könnten, die für ein BMZ interessant sind oder andere Themen diskutieren. Aber ich bin mir halt nicht sicher, ob das so eine gute Wahl ist. Es ist immer sehr, sehr problematisch, den bestimmten Themen gegenüber kritisch, also kritisch gegenüberzustehen. Da stelle ich immer wieder fest, wann immer ich Leuten inhaltlich überhaupt nicht zustimme, in dem, was sie schreiben, in einer Frage zu einem BMZ. Da werden ganz, ganz viele der Kommentatoren sehr schnell sehr sickig. Und wenn ich das so auf die Spitze treiben würde, dass ich quasi Wort für Wort in die Diskussion auseinandernehmen würde, dann glaube ich nicht, dass das dadurch besser werden würde. Im Gegenteil, ich glaube, das könnte eher zu so einem eher feindseligen Klima führen, was ich nicht unbedingt haben möchte. Und vor allen Dingen, wozu ich nicht in dem Maße gezielt beitragen möchte. Ich weiß nicht, ob sich andere Dinge eignen. Was halt immer sich mal wieder eignet, ist, wenn man irgendwo eine Diskussion von anderen aufschnappt, an der man möglicherweise selbst nicht beteiligt ist. Das ist dann vielleicht ein besseres Fallbeispiel. Ohne, dass ich jetzt hier meine Stammzuschauer-Stammhörerschaft potenziell vergraule, indem ich ihnen mehr als ohnehin schon auf die Finger klopfe. Also es ist eine interessante Idee, definitiv. Und irgendwas in die Richtung müssen wir vielleicht tatsächlich mal als Thema aufnehmen. Eine Sache, über die ich mehr und mehr nachdenke, sie vielleicht in Zukunft mal zu tun, ist halt das unmittelbare Gespräch bei einem BMZ-Thema. Weil dann zum einen immer deutlicher wird oder werden könnte, was Menschen mit einer bestimmten Frage meinen, ich Rückfragen stellen kann. Und wenn wir gegenteiliger oder unterschiedlicher Meinungen sind, wir halt auch einen direkten Diskurs haben könnten. Zumindest mal mit zwei Personen, vielleicht auch mit mehreren. Hätte auf der anderen Seite natürlich den Nachteil, dass es ganz, ganz viele Fragensteller gibt, die sich vermutlich nicht so richtig trauen würden und sehr ungerne in einem aufgenommenen Voice-Chat wären. Also dann würden wiederum einige wegfallen. Beziehungsweise den ebenfalls blöden Fall, dass Leute ausschließlich deshalb, weil sie sich gerne in einem solchen Format hören, sich beteiligen. Und das ist auch nicht das Beste. Das Beste ist natürlich, wenn es um Themen geht, die jemand wählt, weil er das Thema interessant findet, nicht weil er sich in diesem Format sehen möchte oder hören möchte. Repost. Warum ist das wichtig? Repost, ich bin verwirrt. Hallo Barlow, ich kenne dich noch nicht lange, eher sehr kurz, aber du scheinst mir dennoch als perfekte Weise, um bei meiner Frage zu helfen. Ein Freund von mir meint, an die flache Erde-Theorie zu glauben, sei auf einem ähnlichen Level wie die Theorie des menschengemachten Klimawandels kritisch zu sehen. Also, okay, ich musste das dreimal irgendwie mehr durchlesen, um zu wissen, in welche Richtung das gemeint ist. Er sagt also, an die flache Erde-Theorie zu glauben ist halt etwas Merkwürdiges, Verschwörungstheoretisches und so weiter und so fort. Er sagt aber auch, den menschengemachten Klimawandel kritisch zu sehen, stünde auf einem ähnlichen Niveau. Oder mit anderen Worten, er glaubt daran, dass es einen menschengemachten Klimawandel gibt. Ist das zu vergleichen, fragst du? Während der Diskussion habe ich ihm, um ihn zu überzeugen, ein Video des Deutschen Rundfunks aus dem Jahr 2009 gezeigt, in dem der Kommunikationsforscher Hans Matthias Kepplinger von der Uni Mainz sagt, dass ein Drittel aktive Warner wären, ein Drittel unentschlossen wären und ein Drittel das Ganze kritisch sehen. Worum geht's? Welche Relevanz hat das? Wer warnt vor was? Ich verstehe den Kontext gerade überhaupt nicht. Und inwiefern ist denn Kommunikationsforscher geeignet, eine Frage zu klären, die ja eine wissenschaftliche Frage ist und keine Kommunikationsfrage? Also egal, ob wir jetzt Kommunikation als Wissenschaft sehen oder nicht. Was meinst du, was du vergleichen mit ähnlichen Niveau? Meint er den Verrücktheitsgrad? Ach so, okay, da hast du es nochmal deutlich ausgedrückt. Naja, ich habe immer so ein Riesenproblem damit, wenn Leute sagen, etwas sei nicht vergleichbar. Es sei denn, sie schließen das an mit ganz, ganz, ganz konkreten Gründen, warum es sich absolut nicht zum Vergleich eignet. Üblicherweise ist das etwas sei nicht vergleichbar ein Totschlagargument, das in sich geschlossen ist. Man sagt einfach, das ist ja überhaupt nicht vergleichbar. Und ich stelle mir die Frage, warum nicht? Ich weiß nicht gar nicht, ob ich damals ein Video dazu gemacht habe, weil ich dieses, dieses, vielleicht habe ich es gemacht, vielleicht habe ich es auch nur im Kopf mit mir rumgetragen. Wenn Leute die Formulierung verwenden, das sei eine Äpfel und Birnen, um damit zu zeigen, dass etwas ein schlechter Vergleich ist. Wo ich mir denke, was genau ist an Äpfel und Birnen nicht vergleichbar? Es ist beides Obst, es hat beides eine ähnliche Zusammensetzung. Aus deutscher Sicht wächst es beides in unserem Längen-Breitengraden. Es ist beides relativ beliebt. Die Wahrscheinlichkeit, das in einem üblichen Obstkorb zu finden, ist ziemlich hoch. Es hat beides vergleichbare Nährwerte. Und die Früchte haben sogar eine gewisse Ähnlichkeit, was ihre Textur, Größe und Form betrifft. Also natürlich hat eine Birne eine etwas andere Form, aber es unterscheidet sich jetzt nicht so sehr wie Kokosnüsse und Äpfel. Von daher habe ich mich immer gefragt, wie man auf die Idee kommen könne, Äpfel und Birnen als Maßstab für einen schlechten Vergleich zu nehmen. Das Einzige, was Äpfel und Birnen nicht sind, ist identisch. Aber wenn ich einen Vergleich nur dann gut finde, wenn es sich um eine Identität handelt, dann habe ich das Prinzip eines Vergleichs ja nicht begriffen. Denn zu sagen, das sind ja Äpfel und Äpfel, das ist eben kein Vergleich. So, und dann ist halt die Frage, warum würde man glauben, dass diese Sachen nicht oder schlecht vergleichbar wären? Und da möchte ich bitte sehr, sehr gute Gründe hören, warum das so ist. Andernfalls würde ich dem grundsätzlich zustimmen, dass die Dinge vergleichbar sind. Die flache Erde-Theorie ist etwas, wo sich die Wissenschaftler relativ einig sind, dass sie blödsinnig ist. Zu leugnen, dass es einen Klimawandel-Aspekt gibt, der von Menschen gemacht oder beeinflusst ist, sind sich glaube ich auch alle einig, dass das Unfug ist. Also, es zu leugnen. Mit anderen Worten, dass Menschen den Klimawandel beeinflussen, steht außer Frage unter den vernünftigen Menschen. Genauso wie vermutlich den ein oder anderen Wissenschaftler gibt, der an die flache Erde glaubt. Oder hier diverse Doktoren oder sonst wie, die alle möglichen Dinge glauben, die nichts mit der Wissenschaft zu tun haben. Also, dass es auch unter den Wissenschaftlern den ein oder anderen Spinner gibt, das ist nicht ausgeschlossen. Der einzige Punkt, wo sich die Dinge extrem unterscheiden, ist halt, dass die Frage nach der flachen Erde oder nicht flachen Erde eine binäre ist. Das ist eine Ja-Nein-Frage. Die Erde ist flach oder sie ist es nicht. Und sie ist rund, rund im weitesten Sinne, bevor mir die Leute wieder mit Ellipsoid kommen oder so. Aber so vereinfacht gesagt, ist sie rund oder sie ist es nicht. Und beim Klimawandel wiederum gibt es ja durchaus Abstufungen, indem man sagt, es ist unbestritten, dass es eine menschliche Komponente gibt, die den Klimawandel beeinflusst. Die Frage ist, wie signifikant ist diese Komponente und welche von den Dingen, die wir tun können, hätten einen wie großen Einfluss. Oder mit anderen Worten, was ist das, was wir am besten tun können, um diese Komponente herauszunehmen? Und wie sähe die Welt dann anschließend aus, wenn das passieren würde? Das sind so die Fragen, die zu klären sind. Und von daher, wenn wir das als binäre Frage sehen und du tatsächlich meinst, dass es Leute gibt, die glauben, Menschen haben nichts mit dem Klimawandel zu tun, dann hat er recht. Dann hat er absolut recht und es ist 100 Prozent quasi exakt identisch wie die flache Erde. Wenn du allerdings sagst, es geht um Abstufung, dann unterscheidet sich das schon, weil man durchaus darüber diskutieren kann, wie stark dieser Anteil ist und wie stark die Auswirkungen davon sind und so weiter und so fort. Alles, was damit zusammenhängt. Aber wenn man es binär betrachtet, ist der Verrücktheitsgrad definitiv sehr ähnlich. Das ist halt auch immer so eine Sache, wo ich halt feststelle, dass es in vielen Fällen bei diesen Arten von Verschwörungstheorien ja erstaunliche Deckungsgleichheit gibt, dass die unterschiedlichsten Theorien aus den unterschiedlichsten Lebensbereichen von Leuten akzeptiert werden, was nichts damit zu tun hat, dass sie sich mit diesen entsprechenden Themen beschäftigt haben, sondern dass dem zugrunde eine Paranoia liegt, nämlich die Paranoia, dass die Regierung und sonst wer uns belügen will. Das ist immer so die Basis. Also immer irgendwer Großes oder Unmächtiges oder als Mächtiges Wahrgenommenes will uns belügen. Und dementsprechend glaubt man dann, hält man sich irgendwie für weise und erleuchtet, wenn man die offizielle Version nicht glaubt. Das Problematische ist dabei auch immer, dass die Leute glauben, eine Schwäche oder Lücke in einer offiziellen Version wäre ein Beweis für das Gegenteil. Also wäre ein Beweis dafür, dass die grundlegend falsch wäre. Das ist das allergrößte Problem, dass jemand sagt irgendwie, aber nehmen wir ein riesenkomplexes Ding X oder Y, zum Beispiel 9-11, irgendeine kleine Detailfrage konnte ich nicht klären, daraus folgt, alles ist gelogen. Das ist natürlich kompletter Bullshit. Aber gut, das ist so ein Thema, ich glaube, ich muss es immer wieder mal ansprechen, kann ich immer wieder so ein bisschen aussortieren in den Kommentaren. Aber ich glaube, zu dem Thema mit diesem Vergleich habe ich alles gesagt, dass ich es immer sehr problematisch finde. Also wenn Leute sagen, etwas sei nicht vergleichbar, ohne en Detail zu sagen, warum das nicht vergleichbar ist, das hat keinen Wert. Also das kannst du dir auch gleich schenken. Wenn du sagen möchtest, dass es nicht vergleichbar ist, ohne zu sagen, warum es nicht vergleichbar ist, kein Wert. Wenn du dann sagst, es sei nicht vergleichbar und zeigst nur Dinge auf, die nur einfach nicht identisch sind, hat das auch wenig Wert, wenig bis keinen Wert. Also du musst schon zeigen, warum ein Vergleich von Grund auf ungeeignet ist, für das, was man auch immer sagen möchte. Und das ist häufig erstaunlich viel schwieriger, aber eine richtig gute Übung. So, das soll es gewesen sein für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und Interesse zumindest an dem, worüber wir heute gesprochen haben, worüber ich gesprochen habe, Monologe gehalten habe. Schickt mir weiterhin viele interessante Fragen in Form von Kommentaren unter dem jeweils aktuellsten BMZ. In diesem Sinne, tschüss, sagt euer Onkel Barlow. Dann, wenn du dann, wenn du dann, wenn du dann, wenn du dann, oder? ir sagen, wir sagen, wir kommen noch einmal zum Beispiel. Dann, wenn du dann, wenn du dann eine Schnase machen möchtest, dann auch mal ein paar Ähnlichstil. Dann.